Oh nein! Was ist passiert? Wie gut, dass ich den Soul-Line Stainmate habe. Er ist ein wirklich guter Fleckenentferner. Der natürliche Reiniger mit Orangenöl in Stiftform ist so praktisch. Tragen Sie reichlich auf den Flecken auf. Ein paar Minuten einwirken lassen und mit Wasser abtupfen. Stainmate entfernt fast alle Blut-, Essens- und Flüssigkeitsflecken und viele fettige Substanzen. Stainmate – ein weiterer Retter. Unfälle passieren, halten Sie also den Soul-Line Stainmate bereit.